Wie viele FPS in Fortnite schafft der Ryzen 5600G? Dafür habe ich hier einen fantastischen PC zusammengebaut, der auch keine Grafikkarte aktuell enthält, wie du siehst. Denn diese CPU hat eine integrierte Grafikeinheit. Und zwar habe ich hier folgende Einstellung gewählt. Full HD, Betrachtkonsistanz, episch, Texturen hoch und 3D, Gitter hoch. So, im Menü haben wir hier schon mal 120 FPS. Was wir jetzt im Spiel haben, werden wir gemeinsam herausfinden, indem ich jetzt eine Runde zocke. Und dann gucken wir uns mal den Durchschnittswert an. Die Runde ist rum, wie du siehst. Und wir haben hier erreicht 106 FPS im Durchschnitt. Die Framerate geht zwar natürlich massiv hoch und runter, aber durchaus Fortnite mit spielbar und approved.